Sie sind hier 8. Oktober 2018, 18.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Jennifer Maroschan darf sich Hoffnungen auf den Ballon-Dor machen, Urheberrecht, Getty Images, Jennifer Maroschan darf sich Hoffnungen auf den Ballon-Dor machen. Die DFB-Spiel für Erin zählt zu den 15 Kandidatinnen auf der Liste von France Football. DFB-Spiel für Erin Jennifer Maroschan, 26, hat es unter die 15 Kandidatinnen für den erstmals auch im Frauenfußball vergebenen Ballon-Dor geschafft. Die Liste gab die Fachzeitschrift France Football am Montag bekannt, auch Bundesliga-Torschützenkönigin Pernille Harder vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg darf sich Hoffnungen auf die Auszeichnung am 3. Dezember per Abstimmung unter Fachjournalisten aus aller Welt machen. Maroschan, Mittelfeldspielerin von Champions League-Sieger Olympique Lyon, hatte jüngst bei der Wahl zur Weltfußballerin den zweiten Rang hinter Brasilien-Star Marta belegt. Auch die 32-Jährige schaffte es auf die Shortlist für den goldenen Ball. Vom Sportinformationsdienst Sonstdienst